Das ist halt einfach ein Standpunkt, den du hast und Leute, die das anders sehen, können ihre Argumente vorbringen. Du kannst deine Argumente vorbringen und ich sehe mich jetzt auch gar nicht irgendwie in der Rolle, dass ich jetzt irgendwie versuche, dich da krampfhaft zu überzeugen oder dass ich irgendwie so meine eigene Sichtweise da zu stark mache, sondern ich möchte eigentlich im Wesentlichen unserer Community helfen, zu verstehen, wie du denkst. Und ich glaube, nur wenn man das hinbekommt, hat man auch die Möglichkeit, dass man eine richtige Mindermeinung jemals zu einer Mehrheitsmeinung machen kann. Das ist ja genau eigentlich, was wir versuchen, also insbesondere ein skeptisches Anliegen natürlich, dass wir versuchen, wenn wir alle kollektiv irren, dem einen, der irgendwie was sieht, was alle andere nicht sehen, die Möglichkeit zu geben, das zu sagen. Und das muss man dann wirklich unaufgeregt und besonnen diskutieren. Und vor allem auch, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, man sollte in der Lage sein, einen Gedanken, den jemand anders äußert, im eigenen Kopf so zu halten, stabil zu halten, sich überlegen, was spricht dafür, was folgt daraus und so weiter, ohne dass man gleich ausflippt.